So, dann schildern Sie dem Gericht doch bitte mal, was Sie zum Tatzeitpunkt gesehen haben. Ja, Herr Richter, also ich stand da auf diesem Gerüst und guckte durchs Fenster und sah da den Mann und die Frau. Ja, und dann? Ja, und dann hat er Ihnen die Bluse ausgezogen. Und dann? Und dann hat er Ihnen den Rest ausgezogen. Und dann? Ja, und dann hat er Sie aufs Bett geworfen. Und dann? Und dann ist das Gerüst zusammengebrochen. Wieso ist das Gerüst zusammengebrochen? Na ja, mittlerweile standen wir nun auch schon zu zwölf drauf.